Hey ihr Lieben! Am 9. April habe ich wieder einen Auftritt auf meine Heimatcon der Shizuru in Dortmund. Diesmal aber leider ohne, meine liebe Akina. Die Convention startet um 11.30 Uhr und geht bis 18 Uhr und ist kostenlos. Der Standort ist das Fritz-Henssler-Haus in Dortmund. Die Adresse könnt ihr auf der Seite der Veranstaltung finden oder aber in der Description unter diesem Video. Ich selbst werde ab 13 Uhr für ganze 45 Minuten auf der Bühne stehen. Ich arbeite schon seit Monaten an der Show, die ich euch bieten werde und ich hoffe, dass es nicht klappen wird. Zumal das ein Jubiläum für mich sein wird, wodurch ich auch mega aufgeregt bin. Das Thema meines Auftritts lehnt sich an das Thema der Shizuru. Das heißt, die Lieder sind größtenteils um das Thema tödliche Geheimnisse. Singen werde ich wie immer auf Deutsch, Englisch und Japanisch. Außerdem wird es nicht nur Anime-Openings oder Endings geben, sondern auch wieder zu gewähren Cartoons oder Games. Oder Musicals. Also im Grunde eigentlich alles. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr kommen könntet. Lasst uns gemeinsam eine schöne Zeit haben.